Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Schwenninger Wallwings nach dem Spiel gegen die DEG. Zuerst die anderen Ergebnisse vom Nachmittag. Adler Mannheim gegen ERC Ingolstadt 2 zu 4. Berlin gewinnt sein Heimspiel gegen Wolfsburg mit 1 zu 0. Bei den anderen Partien Augsburger Panther Iserlohn steht es 0 zu 1. ERC Red Bull München gegen Hamburg Friesers 0 zu 1. Und Thomas Sabo Eistigers gegen die Krefeld Pinguine derzeit 0 zu 0. Und das Spiel heute Abend noch im TV Straubing Tigers gegen Kölner Haie beginnt in einer halben Stunde 17.45 Uhr. Kommen wir zur heutigen Partie. Christoph Kreuzer, Glückwunsch zum Sieg hier in Schwenningen und Ihr Kommentar bitte. Ja, ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft, weil wir von Anfang an sehr viel Wert auf die Defensive gelegt haben. Wir wussten, dass hier in Schwenningen es gerade von Anfang an sehr schwierig werden würde. Wir haben natürlich dann am Anfang direkt ein Tor geschossen. Das hat unserem Spiel gut getan. Trotzdem war es immer gefährlich, wenn Schwenningen angegriffen haben. Wir mussten da schon wirklich alles versuchen, auch gerade in der eigenen Zone sehr gut zu spielen. Das hat meine Mannschaft sehr, sehr gut gemacht bis zum Schluss. Wir haben manchmal ein paar Spiele schon verloren gehabt, wo wir geführt haben. Und es kommt immer mehr, dass wir das auch dann dementsprechend nach Hause bringen. Und das haben sie heute ganz oder sehr gut gemacht. Deshalb möchte ich meiner Mannschaft sehr danken für diesen Sieg. Dankeschön, Christoph Kreuzer. Stefan, dein Kommentar bitte heute Abend. Ja, Gratulation an Christoph. Leider, das hat uns natürlich nicht geholfen, dass wir gleich in Rückstand geraten sind. Und wir haben so gut gespielt in Krefeld und hatten ein sehr, sehr gutes Spiel mit der Scheibe und ohne Scheibe gemacht. Und wir waren dann wie blockiert und das erste Drittel war wirklich schlecht. Also wir haben nach vorn wenig bis gar nichts zusammengebracht. Düsseldorf hat das sehr integriert gemacht. Die sind hochgestanden. Die haben eine neutrale Zone zugemacht. Die spielen ähnlich wie wir, dieses hohe 1-2-2. Und da muss man Scheiben tief bekommen und die Scheiben erkämpfen. Und nach vorn auch, was das Fortschrecken anbelangt, was das Support anbelangt. Und der zweite Mann war nicht da. Zweites Drittel haben wir sehr gut begonnen. Treffen den Pfosten. Ich glaube mit Green Trier. Ich weiß nicht, ob das Green Trier war oder Sharp. Wir bekommen dann gleiche Strafe. Kommen da wieder aus dem Rhythmus. Wir werden dann mit dem Power Play gleich bestraft. 3-0. Wir haben es versucht. Es war etwas besser. Drittes Drittel haben sie das sehr clever gemacht. Sehr wenig zugelassen. Immer ein hoher Mann. Kaum Kontogegenstöße. Unter dem Strich war das von unserer Mannschaft zu wenig. Ich werde jetzt keine Spiele einzeln kritisieren. Ich bin verantwortlich für diese Niederlage. Es war kein gutes Spiel. Das muss ich jetzt auf meine Kappe nehmen. Soweit die Kommentare der beiden Trainer. Gibt es Fragen heute Abend von Seiten der Presse? Bitte, um das Mikrofon dann weiterzureichen. Falls es welche gibt. Herr Mayer, Sie haben am Schluss einige Spiele umarmt. Hat das einen Grund gehabt im Besonderen? Nein, ich habe Ihnen noch ein paar Sachen gesagt. Weil wir am Ende gab es zwei, drei Aktionen. Es war nichts umarmt. Ich habe Ihnen was gesagt auf der Bank. Das war der einzige Ding. Es war jetzt nicht, dass ich da versucht habe, bei denen einzuschleimen. Weitere Fragen? Hier der Wittmann, glaube ich. Danke. Herr Mayer, wie können Sie jetzt das Ruder noch rumreißen? Wir werden wieder Einzelgespräche führen. Es war für mich, wie gesagt, nach der positiven Trainingswoche. Wir haben wirklich sehr gut trainiert und in Gräfeld sehr gut gespielt. Ich kann mir das nur so erklären, dass die Mannschaft einfach zu nervös war. Als wir dann das Gegentor bekommen haben, waren wir wie blockiert. Da ging gar nichts mehr. Die Pässe kamen nicht an. Das war zu wenig. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da rauskommen. Wir haben ein Auswärtsspiel am Dienstag. Wir müssen einen Weg finden. Wir werden das morgen ansprechen. Morgen trainieren. Und daran arbeiten. Weitere Fragen? Wenn ich noch etwas dazu sagen darf. Ich muss es ihm recht geben. Ich habe das Spiel auch gesehen gegen Gräfeld. Da war für mich Schwenning die bessere Mannschaft. Deshalb waren wir auch sehr gewarnt, hier hinzukommen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Weitere Fragen noch? Soweit alles beantwortet. Dann darf ich Christoph Kreuz und seine Mannschaft einen guten Nachhause weg wünschen. Viel Glück für die weitere Saison. Und wir sehen uns dann wieder genau in einer Woche. Dann geht es gegen Straubing. 16.30 Uhr geht es los. Dankeschön. Schönen Abend. Und wir sehen uns dann wieder.